Herzlich willkommen zum C-Talk im Trainingslager. Mein heutiger Gast ist geil. Hi, servus. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt noch für ein kurzes Interview. Ich denke, es war ein anstrengender Trainingstag und deswegen danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist aus Slowenien zu uns gewechselt. Warum? Ich habe mich für Fulda entschieden, weil es eine gute Möglichkeit für mich ist. Ich mag das Umfeld, die Entwicklung hier. Ich bin sehr glücklich. Wie würdest du dich selber als Spieler beschreiben? Ich bin ein sehr schnell und cleverer Spieler, der vor dem Tor gewährlich ist. Ich bin hier, um Tore zu machen. Was machst du außerhalb vom Fußballplatz? Neben dem Fußball bin ich eine Chile-Person. Ich mag gute Musik zu hören, kochen und essen. Außerdem spiele ich gerne mit meinen Freunden Videogames, wenn ich Zeit habe. Gibt es für dich ein fußballerisches Vorbild? Mein Idol ist Cristiano Ronaldo, weil ich seine Mentalität bewundere und ich es wertschätze, wie er immer für ein Tor gut ist. Was sind deine Ziele für die kommende Saison bei der SG Barockstadt? Mein persönliches Ziel ist, hier in Deutschland schnell zurechtzukommen und dem Team bestmöglich zu helfen für eine optimale Saison. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir viel Spaß nach dem Trainingslager. Viel Spaß morgen und übermorgen bei den Testspielen. Und ganz viel Erfolg für die kommende Saison. Danke dir. Danke, danke.